Hat man ein gewisses Alter erst einmal erreicht, dann werden die sogenannten Krähenfüße sehr, sehr deutlich. Man sieht hier das in extremer Variante, wenn der Patient die Augen zusammenkneift. Und das zeigt natürlich eine unheimliche Alterung der Haut. Hier sind natürlich auch andere Behandlungen notwendig, aber jetzt konzentrieren wir uns erst einmal auf die nicht operativen Maßnahmen und einmal auf die Krähenfüße und damit fangen wir auch bei den Patienten an. Ich denke, wenn diese Behandlung erstmal jetzt seine Wirkung zeigt, dafür benötigt es ungefähr 10 Tage, hier noch eine leichte Schwellung, weil wir da eine Injektion durchgeführt haben, wird es zu einem sehr, sehr schönen Blick kommen und diese Alterungszeichen erst einmal in den Hintergrund treten.